Hallo und auch heute möchte ich euch schon mal wieder ein Video vorstellen zu einer Art, die ich bereits vorgestellt habe. Ich werde es unten verlinken, das Such- oder Anleitungsvideo zur Suche. Und zwar ist es diesmal der kleine Eisvogel, Liminitis camilla. Es ist eine schöne kleine schwarz-weiße Parkfalterart. Sie lebt hauptsächlich in Wäldern und man kann sie häufig im Sommer an Waldwegen entlang fliegen sehen. Und wie ihr seht, ich befinde mich gerade auch in einem geschlossenen Wald. Hier zieht sich so ein Waldweg entlang. Gleichzeitig sehen wir auch hier so eine kleine Senke. Das ist eben ein Bachlauf, der hier durchgeht, sich entlang zieht. Also es ist relativ schattig einerseits, andererseits ist es aber auch luftfeucht. Womit wir genau die idealen Bedingungen für die Art hätten. Und wie ihr vielleicht aus dem anderen Video noch wisst, der kleine Eisvogel frisst. Lunizera, also das Geißblatt. Wir sehen hier eine kleine Pflanze. Die ist relativ klein, was vielleicht eher untypisch ist. Normalerweise sind es größere Pflanzen und die Raube sitzt in den unteren Bereichen. Wegen der Luftfeuchtigkeit würde ich vermuten. In dem Fall ist die Pflanze relativ klein. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit ist auch so relativ hoch, knapp über dem Boden. Und ja, an sich wie gesagt, das ist relativ schattig hier. Jetzt scheint hier gerade mal ein bisschen die Sonne durch das Laub. Aber grundsätzlich schattig und luftfeucht. Also ideale Bedingungen. Jetzt im Herbst. Hier sehen wir, sind noch die Blätter dran. Also noch nicht komplett abgefallen. Also man kann auch jetzt noch nach Fraßspuren schauen, was die Suche ein bisschen vereinfacht. Und ich zeige es euch hier. Wir sehen es an diesem Blatt. Die Raube hat das Blatt abgefressen, allerdings die Mittelrippe stehen lassen. Also ihr seht, da ist eine ganz dünne Rippe zu sehen. Das heißt, die Raube war da. Und wir können jetzt noch den Hebanarium suchen, denn die Raube ist jetzt schon in der Überwinterung. Also sie frisst nicht mehr, sondern wie auch beim großen Eisvogel gibt es ein Hebanarium, angefertigt aus Blättern. Eine kleine Tüte. Und wir schauen mal direkt auch am selben Ast. Ihr könnt es hier sehen, das ist dasselbe Ast. Und hier könnt ihr sowas wie eine kleine Blatttüte sehen. Einfach ein Blatt zusammengesponnen. Kleine Tüte draus gemacht. Und da drin sitzt tatsächlich die Raube und überwintert. Man kann es ganz schlecht sehen. Hier oben seht ihr, dass ein Loch drin oder eine Röhre. Eine Art Röhre ist. Und da drin sitzt die Raube. Also in dieser kleinen Tasche sitzt die mini kleine Raube, die jetzt ihren Winter zusammentrocknet. Die Feuchtigkeit abgibt quasi und somit frostgeschützt ist. Und im Sommer wird sie dann wieder Feuchtigkeit aufnehmen und anschwellen und größer werden und wachsen. Das ist die Überwinterung vom kleinen Eisvogel. Wir sehen hier eben perfekt eigentlich nebeneinander wieder, wie auch letztens schon beim großen Schillerfall. Da wir sehen die Fraßspur einerseits und am selben Ast noch direkt das Hebanarium. Jetzt im Herbst sehr einfach zu finden. Gerade eben, wenn die Fraßspuren noch vorhanden sind. Insofern wünsche ich euch viel Spaß bei der Suche und viel Erfolg.